Und jetzt wollte Momo von der Buntjugend nochmal sagen, was die Position der Buntjugend ist zur Agrarreform, warum heute die Buntjugend mit so vielen netten Obst- und Gemüsesorten hier ist. Okay, Momo. Ja, auch die Jugend ist hier, weil nämlich auch viele Jugendverbände, die europäische Agrarreformen und die Verhandlungen dazu, sehr aufmerksam mitverfolgen. Denn Landwirtschaft bewegt auch viele junge Menschen, weil es schließlich um unser Essen geht. Und wir wollen nicht, dass Menschen hungern müssen, Tiere leiden müssen, die Umwelt zerstört wird, damit wir hier im Überfluss billiges Essen haben. Wir fordern eine Agrarpolitik, die uns jetzt und in Zukunft eine gesunde Ernährung in einer lebensfreundlichen Umwelt gewährleisten kann. Öffentliche Gelder sind übereignet. Für Bildung und Jugendförderung zum Beispiel fehlen immer die Mittel. Aber Agrarindustrie werden Fördergelder hinterhergeworfen. Natürlich ist der Anbau von gesunden Lebensmitteln ein Anliegen aller Menschen. Nicht jedoch Tierfabriken und Monokulturen. Steuergelder dürfen nicht für Lobbyinteressen verschwendet werden, die dem Gemeinwohl schaden. Stattdessen sollten sie in kleinbäuerlichen Ökolandbau investiert werden, der allen heute lebenden Menschen und zukünftigen Generationen gesunde Nahrungsmittel liefert. Danke. Danke, Momo von der Bündchung.